Mein Name ist Michel, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma KS TOOLS. Ich möchte euch jetzt unseren neuen Innenfedterspanner vorstellen für Doppelquer- und Raumlenkerachsen. Er passt für die Fahrzeuge Mercedes, BMW, Ford, VW und Audi. Das Gerät besteht zum einen aus dem Grundgerät selber, was sich durch eine sehr kompakte Bauform auszeichnet, insbesondere durch den kleinen Durchmesser des Grundgerätes. Somit kommen wir auch durch sehr kleine Federlenkerbohrungen, insbesondere bei Hinterachsen. Angetrieben wird das Ganze über einen Torsionsstab. Hat den riesen Vorteil, das Gerät ist schlagschrauberfest. Hier kommt der Schlagschrauber drauf. Wir treiben über den Torsionsstab das Federspanngerät an. Der Torsionsstab ist ausgelegt auf 100 Newtonmeter. Wenn die 100 Newtonmeter erreicht sind, habe ich hier die Maximalbelastung des Gerätes anliegen. Das heißt, es ist gleichzeitig meine Sicherung des Gerätes. Ich kann das Gerät nicht überlasten. Das Gerät selber hält 1600 Kilo aus, sprich 16.000 Newton. Das Ganze wird am besten, wenn man das am Torsionsstab hält, durch den Federlenker durchgesetzt. Dann habe ich zwei Federhalter zur Wahl. Die Größe 1 und Größe 2 und dann decken wir Federn von 75 bis 140 Millimeter ab. Wenn ich das Ganze durch den Federlenker durchgeschoben habe, nehme ich meinen Federhalter, schiebe das Ganze durch die Feder durch. Hier oben hat man eine Verzapfung. Dann kann ich das Ganze schön in der Feder hängen lassen. Jetzt nehme ich meine zweite Federhalterplatte, schiebe das unten durch die Feder und hänge das Ganze ein. Zur Sicherung haben wir hier kleine Gabeln. Die werden jetzt hier oben eingesetzt. Das Ganze wird dann unten ebenfalls gesichert. Ich zeige das nochmal schön. So sieht die Gabel aus, kommt hier unten in die Aussparung rein. Das Ganze hat jetzt zwei Vorteile. Beim Spannen kann der Federhalter zur Feder nicht abkippen und der Federhalter kann aus der Verzapfung nicht verrutschen. Das heißt, ich habe hier ein sehr sicheres Arbeiten. Wenn ich jetzt die Feder hier zusammenziehe über den Torsionsstab, sieht man noch einen nächsten Vorteil. Das Gerät ist wahnsinnig kompakt. Die Spindel läuft oben nicht raus. Das heißt, wenn ich meine Feder zusammengezogen habe, habe ich dadurch mehr Platz, um aus der Achse mit der Feder rausfahren zu können. Das Ganze möchte ich euch jetzt auch noch anhand einer Feder zeigen. Dazu habe ich das hier schon mal vormontiert. Ich habe jetzt hier einen Schlagschrauber, weil wir gesagt haben, das Gerät ist ein Schlagschrauber fest. So. Hier sieht man, wie kompakt wir die Feder spannen konnten von 220 bis 95 Millimeter Arbeitsweg. Der Vorteil von dem Gerät ist, dass man in vielen Fällen den Federlenker bzw. die Achskomponenten nicht lösen musste. Das heißt, nur die Feder spannen und rausnehmen. Dadurch erspart man in vielen Fällen eine Achsvermessung.